Der Plan ist folgender. Ich werde heute versuchen, die Emotionen und die Freiheit, die ich bei Konzerten kriege, zurückzugeben. Und auf verschiedenste Orten und Weisen an Menschen zu verteilen, die gar nicht wissen, um was geht. Fast so wie der Robin Hood, ich glaube, das könnte lustig werden. Seid ihr dabei? Was geht's? Hast du zu lang gewohnt oder zu kurz gelebt? Ich frag dich, wann hast du was bewegt? Welche Fragen willst du dir stellen, kurz bevor es vorbei ist? Was willst du einmal erzählen, wenn du so alt bist? Ich frag dich, wann? Ich frag dich, wann? Wann läuft nicht jetzt? Wann wird nicht jetzt? Wann wird nicht jetzt? Wann wird nicht jetzt? Was ist morgen, bis er alles hält? Dankeschön. Zieht an der lange Bank, es ist Zeit. Wie viele Kerzen seien verbringt auf deiner Tuten? Zieg da aus, der letztes Hemd, auf was wüsst worden. Ich frag dich, wann? Ich frag dich, wann? Ja, ich frag dich, wann? Wann wird nicht jetzt? 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 Jetzt, wann, wenn nicht jetzt? 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 wann du da liebst auf der Lebensrunde bliebst wann wenn nicht jetzt